Hallo und herzlich willkommen an unserem Stand auf der A-Plus-A-Messe 2021. Ich bin Ebro Erdogan und die Account-Managerin für die DACH-Region. Wir sind hier auf der A-Plus-A, die internationale Handelsmesse für Sicherheit und Arbeitsschutz mit über 1000 Ausstellern und tausenden von Gästen. Notrax und Nitz-Just-Ride stellt seit 2003 auf der A-Plus-A-Messe aus. Die Welt hat sich seitdem etwas verändert, vor allem in den letzten zwei Jahren. Um sicher zu sein, dass niemand etwas verpasst, sind wir hier, um einen virtuellen Rundgang und eine Einführung in unsere neuesten Produkte durchzuführen. Alle Produkte, die Sie hier sehen, können aus unserem Lager in England, Niederlande oder Nahen Osten entweder zu Ihrem Kunden direkt oder zu Ihnen bestellt werden. Die erste Station unserer Tour sind unsere neuen EN-Lithium-Batterieschränke. Der EN-Lithium-Batterieschrank von Just-Ride ist mit der neuesten Technologie ausgestattet, die für die sichere Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien erforderlich ist. Sie ist streng getestet und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der europäischen Gesetzgebung und private Versicherer mit einer Feuerstandswiderklasse von 90 Minuten. Wir produzieren zwei verschiedene Größen sowie ein umfangreiches Zubehör. Als nächstes kommt unser Rigid Lock QuickBerm. Dieses Produkt wird in unserem Lager in den Niederlanden produziert, wo wir jede Größe nach Ihren Wünschen mit kurzen Lieferzeiten herstellen können. Das modifizierte PVC-beschichtete Material ist beständig gegen die meisten Chemikalien, einschließlich Erdöl, andere Öle und die meisten Säuren. Das UV-beständige Material hat integrierte Verankerungslöcher für windige Bedingungen und dadurch ist sie geeignet für den Außenbereich. Mit patentierten 30 cm tiefen Edelstahl-Wandhalterungen, die bei 90 Grad einrasten, bietet dies zusammen mit einer einteiligen Konstruktion eine auslaufsichere Eindämmung. Die Rigid Lock QuickBerm ist schnell und einfach einzurichten, ohne dass eine Montage erforderlich ist. Einfach aufklappen und die Wände einrasten lassen. Es ist die perfekte Auffangwanne für die proaktive Eindämmung von Verschüttungen. Um Leckage bei Verschüttungen zu vermeiden, haben wir eine Reihe von Notfall-Leckage-Sets. Diese enthalten eine Kombination aus Sorgeinlagen, Rollen, Kissen und Abfallsäcken in praktischen Beuteln, alles was Sie brauchen, um eine Verschüttung einzudämmen, zu reinigen und die gebrauchten Subptionsmittel anschließend zu entsorgen. Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Spill-Kits, die für Chemikalien, Öl oder Universalverschmutzungen geeignet sind. Diese sind alle in verschiedenen Größen erhältlich, von denen die größte 120 Liter aufnehmen kann. Weiter geht es mit unserer neuesten Produktentwicklung von Checkers, dem Euromat Light. Dies ist eine leichtere, tragbare Version unseres Bestsellers Euromat. Hergestellt aus 100% recyceltem Polyethylen ist sie langlebig, robust und schlagfest mit einer Tragfähigkeit von bis zu 20 Tonnen. Dieses Material ist fäulnisbeständig, wasserabweisend und wartungsfrei, aber auch leicht von zwei Personen tragbar. Die strukturierte, rutschhemmende Oberfläche bietet auch bei Nässe Bohnhaftung für Fußgänger und leichte Fahrzeuge. Diese Matten werden verwendet, um weiche oder empfindliche Böden vor Maschinen, Fahrzeugen und Fußgängern für den vorübergehenden Zugang zu schützen. Dadurch wird verhindert, dass Gras und Erde verdichtet oder beschädigt werden. Notrax bietet eine Reihe von Matten zum Schutz von Mitarbeitern an, die mit empfindlichen elektrischen Geräten arbeiten. Um dieses Sortiment weiter auszubauen, haben wir mehrere neue ESD-Mattenprodukte eingeführt, darunter die Antistat-Pop-3-Schicht-Tischmatte. Die Antistat-Pop-3-Schicht ist eine statisch ableitende Vinyl-Arbeitsfläche, die empfindliche Komponenten vor schädlichen statischen Aufladungen schützt. Der dreischichtige Aufbau hat ein leitfähiges Zentrum für eine äußerst stabile Ableitung. Das besondere Produkt von SAL sind die Kippbehälter aus Stahl. Das Behälter-Sortiment von SAL ist in einer Reihe von Farben erhältlich, darunter Grün, Grau, Orange und Blau. Wir können die Behälter sogar mit bedrucktem Schriftaufzug auf beiden Seiten individualisieren. Der nächste Abschnitt sind unseren Sicherheitsduschen und Augenspülgeräten gewidmet. Unser neuestes Produkt, die OptiWash. Diese Augendusche mit Schwerkraftzufuhr ist ideal für den Einsatz an Orten, an denen keine kontinuierliche Versorgung mit Trinkwasser zur Verfügung steht. Der Tank nimmt bis zu 38 Liter Wasser auf, das mit bis zu 1,5 Liter pro Minute ausgegeben werden kann. Dies bedeutet, dass es sowohl den EN als auch den ANSI-Standards entspricht. Diese Augenspülung kann mit Hilfe des isolierten Ummantelungen in Innenbereichen und Außenbereichen eingesetzt werden. Wenn Sie mehr über die hier vorgestellten Produkte aus dem Sortiment erfahren möchten, rufen Sie mich an oder schicken mir gerne eine E-Mail und ich helfe Ihnen jederzeit weiter. Sollten Sie allerdings in der Nähe von Rotterdam sein, können wir auch jederzeit einen Besuch in unserem Showroom vereinbaren, damit Sie unsere Produkte auch persönlich sehen können. Bis hoffentlich bald! Bis hoffentlich bald! Das ist vorbei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017